Ja, der Abwehrchef Ben Gensler ist jetzt bei uns, Ben. Wieder mal ein Tor geschossen. Ihr habt aus dem Spiel raus eine einzige Chance zugelassen, die wir ganz am Ende das Gegentor haben. Ansonsten hatte Ella viele Abseitschancen, Abseitssituationen, aber keine einzige Torchancen, oder? So nah am Spiel fragst mich. Ich bin erstmal platt, weil wir haben richtig gut gespielt. Wir haben hart gekämpft. Gute Truppe, die Ella, Rainer. Ich weiß nicht, wie man die nennt. Wir haben alles dagegen gesetzt. Genau das befolgt, was der Trainer vorgegeben hat. In dem Fall der zweite Coach, Dröttmum. Super Leistung von der Truppe, muss man ganz ehrlich sagen. War der Elfmeter ein Elfmeter? Er war ganz leicht am Trikot dran, aber im Gegenzug müssen wir einen kriegen, kriegen nicht. Aber trotzdem haben die gut gefehlt. Ganz drei Siegen in drei Spielen? Ich kann dir sagen, was der Peti gesagt hat. Ball flach halten. Der Vorstand kann sagen, was er will. Wir denken von Spiel zu Spiel. Wir wollen erstmal jedes Spiel genießen, das umsetzen, was uns auf den Weg gegeben wird. Ja, wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen, ganz klar. Aber mal schauen, was draus wird. Und wenn wir aufsteigen, hängst du noch ein Jahr dran nächstes Jahr. Geh duschen, danke. Ja, unterhalten wir uns in Ruhe, Madro. Danke. Tschüss. Tschüss.